...noch mehr Krieg. So wird das nicht. Das Leiden muss zu Ende sein, das ist auch die Bestimmung und Gewalt. Das muss alles zu Ende geben. Wir brauchen ein Kriegsbetal und Diplomatie. Und dann gibt es noch die Kostenexplosion. Die ist jetzt tatsächlich durch die Regierung ein bisschen abgemildert worden. Aber womit denn? Mit unserem Steuergeld. Die Financial Times hat berichtet, dass Deutschland schon 500 Milliarden Euro ausgegeben hat, um die Kostenexplosion, um die Kostenexplosion. Das ist ja auch so. Nicht so doll. Das ist in der Fortschritt. Das ist in der Fortschritt. Ende. Dann zog den Meinung aus der Tagesschau und zunehm ich das da. Früher war seine Devise, die Leute einfach machen lassen. Doch dann hat er angefangen, den Fablenker zu hassen und seiner scharfste Waffe gegen sie, ist Facebook Kommentar. Daisy macht die Neid noch mit Schwein, weckt die Feuer unterm Arsch Wenn sie mal hinfährt, macht sie mit, beim Klimakindermarsch Sie hat noch nicht kapiert, was ihre Eltern kaum noch können Der Vater droht am Zauber und Mutter hat oft am Flennen Denn die Breite kam extra über sie, der Brüder kommt am Arsch Ende